Beim ersten Date hab ich noch gedacht, ich probier's mal klassisch, ich geh mit der ins Kino. Guck mal hier, komplett still, Alter. Alle Frauen direkt so, oh nein, doch nicht ins Kino. Da kann man doch gar nicht reden. Alle Typen sitzen hier. Ja, das war der Trick. Und dann waren wir an dem Popcornstand, okay? Ich hab's natürlich vorgelassen, nicht weil ich ein Gentleman bin, sondern weil ich gucken wollte, welche Größe sie nimmt. Ja, nicht, dass ich wie so ein Jumbo-Elefant in mir wirke mit dieser Riesentonne Popcorn, ja? Alter, kennt ihr diese Riesentonnen für ganze Familien? Die schaff ich alleine, Alter. Ich liebe das. Was hat die genommen? Eine kleine Tüte, reingeguckt, eine kleine Tüte Popcorn. Ich glaub, wir sind uns einig, Freunde, egal ob du dick bist oder dünn, die kleinen Tüten sind doch bitte für alle zu klein, oder? Alter, da passt doch nix rein, Mann. Was passiert während des Films? Ich werde verfressen. Was mach ich natürlich? Die ganze Hand rein. Was passiert? Tüte reißt. Popcorn auf den Boden. Drei-Sekunden-Regel. Ich nehme das Popcorn, ich esse das Popcorn, salziges Popcorn. Ich hasse mein Leben. Nur süßes Popcorn ist richtiges Popcorn. Scheiße. three-Sekunden-Regel.